hey leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video von mir in diesem video mache ich zum ersten mal auf meinem kanal ein frisuren video und zwar zum ersten mal daher da ich einfach wirklich ziemlich untalentiert darin bin aber doch halt immer diese bad hair days habe und daher dachte ich mir zeige ich euch mal so meine ganz einfachen tricks ohne hitze ohne groß irgendwelches flechten ja einfach diese frisuren die mir den alltag so ein bisschen erleichtern wenn die haare mal nicht so wollen wie ich will und daher dachte ich mir zeige ich euch die einfach mal und ich hoffe es gefällt euch und bekommen doch schon mal nur einen daumen nach oben wegen meinem t-shirt pizza ist ganz im ernst wie geil ist das denn aber ja ich hoffe das video gefällt euch vergesst nicht mich zu abonnieren und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel spaß beim video ja ich glaube jeder von euch kennt das ein bad hair day die haare wollen einfach nicht so wie du willst und es klappt einfach überhaupt nichts und es sieht einfach alles scheiße aus ja was macht man da sieht man eine kappe an nein auch nicht wirklich so das war ja was macht man dann vielleicht umgekehrt nein ich glaube ist auch nicht wirklich viel besser also dann machen wir doch richtige frisuren dann kommen wir zur ersten frisur und zwar beginnt ihr einfach damit euch die haare durch zu bürsten ich habe sie dann einfach an meinem seitenscheitel getrennt und beginnen dann auf der einen seite einfach an ganz normal einen zopf zu flechten und das dann auf der anderen seite auch so wenn ihr das gemacht habt könnt ihr etwas unterhalb vom anderen zopf beginnen damit auch zu flechten so wenn ihr dann diese vier coolen zöpfe hier hat beginnt ihr damit die oberen zwei an zusammen zu binden und dann dasselbe mit den unteren zwei einfach dass sie so einen kleinen abstand dazwischen habt und dann könnt ihr es entweder so lassen wenn ihr die haare offen lassen wollt oder so wie ich dann einfach noch zu einem pferdeschwanz zusammenbinden und schon seid ihr fertig ja bei mir sieht das hinten irgendwie so ein bisschen komisch aus aber ich finde die frisur generell eigentlich ziemlich süß und man hat die haare auch nicht so im gesicht dann kommen wir zur zweiten frisur auch hier beginnt es mit einem zopf und zwar so ein bisschen in der mitte von dem seitenkopf dass sie vorne einfach so eine kleine strähne auslässt und dann beginnt ihr auch hier einfach runter zu flechten wenn ihr das gemacht habt könnt ihr einfach hinten so ein wirklich messi bahn machen ich habe den jetzt so ein bisschen seitlich gemacht und dann einfach befestigen das ganze könnt ihr dann mit dem zopf verbinden indem ihr einfach das hinüber legt und dann hinten mit dem messi bahn einfach zusammenbindet und so sieht dann die frisur fertig aus ich finde es eigentlich ziemlich schön wenn das ganze so ein bisschen wirklich auch messi aussieht und ja so schnell seid ihr fertig dann kommen wir schon zu der nächsten frisur eigentlich wirklich nichts spezielles aber für mich und einem bad hair day eine der meist getragenen frisuren und zwar bin ich mir einfach die haare zusammen zu einem pferdeschwanz und mache dann hinten einfach einen zopf wirklich einfach nur runter flechten dann habe ich die haare aus dem gesicht und sie stören mich auch nicht so ja das sieht dann so aus dann kommen wir auch schon zu der letzten frisur hierfür auch natürlich wieder die haare durch bürsten und dann auf eine seite legen die haare dann in zwei hälften teilen und einfach gegeneinander die haare quasi eindrehen und dann diese zwei gegenüber drehen also ja ich kann es nicht so gut erklären aber ich glaube ihr wisst was ich meine und dann einfach unten noch zusammenbinden einige haare rausziehen dass das nicht so streng aussieht und auch hier seid ihr schon fertig damit diese frisur habe ich übrigens auch im dm haul getragen vielleicht ist das euch so ein bisschen eine hilfe und auch eine ziemliche favoriten frisur von mir so das waren meine ganz einfachen frisuren ich hoffe es hat euch ein bisschen geholfen und ihr habt vielleicht auch eine frisur für euch gefunden die ihr mal machen könnt wenn ihr ein bad hair day habt und ja ich hoffe das video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten video tschüss tschüss